Das Deutsche Rote Kreuz ist schon über 150 Jahre alt. Aber immer noch so jung und zeitgemäß wie am ersten Tag. Rund um die Uhr sind wir im Einsatz in Sachen Menschlichkeit. Unsere Hilfe beginnt schon im ganz Kleinen. Wir betreiben Kindertagesstätten. Wir kümmern uns um besondere Bedürfnisse. Wir reichen Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen müssen, die Hand. Menschen ohne Obdach kommen bei uns an. Alltagsbedürfnisse erfüllen wir mit Genuss. Wir sind immer erreichbar und kommen, wenn wir gebraucht werden. Wir gehen ihnen zu Hause zur Hand oder kümmern uns im Krankenhaus um sie. Damit wir eine solche Höchstleistung vollbringen können, arbeiten über 400.000 ehrenamtliche Helfer Hand in Hand mit unseren hauptamtlichen Mitarbeitern. Ob beim Jugendrotkreuz, in den Schwesternschaften, im sozialen Bereich oder im Rettungseinsatz. Bei uns findet jeder den richtigen Platz. Wir stürmen jeden Gipfel. Und reiten jede Welle. Wir sind bei jeder Katastrophe vor Ort. Viele Menschen helfen mit einer uneigennützigen Blutspende schwer kranken Patienten in ihrer Heimatregion. Andere spenden Zeit und Geld, damit wir unabhängig, schnell und flexibel helfen können. Ganz in der Nähe Und weltweit. Im Katastrophenfall leisten wir Soforthilfe, zum Beispiel durch Notunterkünfte nach einem Erdbeben. Regelmäßige Spenden ermöglichen eine langfristige Entwicklungshilfe, die Notlagen wirksam zu vermeiden hilft. Wir sind Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Glaubens und unterschiedlichen Alters. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte. Aber wir haben alle eins gemeinsam. Wir sind da, wenn wir gebraucht werden. Wir sind das Deutsche Rote Kreuz. Helfen auch Sie anderen und werden Sie Teil einer aktiven Gemeinschaft.